MOTORS AND GIRLS Mein Name ist Fabio, ich präsentiere den Arne Road Custom Club Stand. Tuning ist kein Verbrechen, wir haben es uns dieses Jahr überlegt, weil es momentan mit der Polizei ziemlich viele Verkehrskontrollen gibt, was wir ziemlich für schade finden, weil eben Tuning kein Verbrechen ist. Wir tun keinem Menschen was zuleide und deshalb sollten diese ganzen Kontrollen ein bisschen reduziert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Tuna und kein Verbrecher. Im Grunde stellen wir doch alle auf getunete Autos, oder? Na klar! Subskribe